Sonntag, 26. August 2018 21 Uhr 54 Druckennutzungsrechte Feedback kommentieren Bundesliga-Livetiker Senkrechter-Spielplan Senkrechter-Strich-Tabelle Seht mal wer da rennt. Das ist doch der Augustin, der schnellste Torschütze der noch jungen Leipziger Bundesliga-Geschichte. 32 Sekunden waren gespielt, als der Stürmer den Ball an Roman Bürki im BVB-Tor vorbeischoss. Was für ein fulminanter Blitzstart in die Saison für Leipzig, das Ergebnis. Es kam ganz anders. Der BVB gewann 4 zu 1, 3 zu 1 Punkt. Hier geht's zum Spielbericht. Fotostrecke, Helfbilder, BVB-Sieg gegen Leipzig, erst geschlafen, dann geflogen. Die erste Hälfte begann mit dem schnellen Treffer durch Jan Käfin Augustin 1. Minute ausgezeichnet für Leipzig, kippte dann aber nach 20 Minuten deutlich in die andere Richtung. Erst köpfte Mahmut Dahoud nach einer Flanke von Marcel Schmelzer den Ausgleich. 21. Komma dann fälschte Marcel Sagica einen Freistoß von Marco Reus ins eigene Tor. Ab 40. Axel Witzel traf nach einer sehenswerten Parade von Peter Gulaszi bei seiner Bundesliga-Premiere im vorheimischer Kulisse. Bepäer seit Fallzier 43. Schmelzer auf Dahoud. Blickt man auf die vergangene Saison, war diese Konstellation für das erste Saisontor des BVB nicht zu erwarten. Schmelzer konnte in der vorherigen Spielzeit nicht einen Treffer auflegen. Dahoud blieb in seinem ersten Jahr in Dortmund-Hörner-Tor. Vielleicht läuft dieses Jahr alles anders. Derweil im Museum. Eine gute halbe Stunde Fußweg vom Stadion entfernt wurde im Deutschen Fußballmuseum die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Gastgeber Dortmund wird vorheimischer Kulisse Union Berlin empfangen. Regionalbahn Leipzig wird ebenfalls daheim gegen Hoffenheim antreten. Die Paarungen der zwei Runde im Überblick Nummer-Anzeichen Pf-Pokal-Nummer-Anzeichen Auslosung bieg.twitter.com Schrägstrich E1 Jetsu DFB-Pokal-Klammer DFB-Pokal August 26 2018 Die zweite Hälfte Ralf Rangnick brachte zum Wiederanpfiff Timo Werner für Savica. Der Effekt blieb aus. Dortmund stand immer stabiler, Leipzig wurde zunehmend fahriger. Wenn doch mal ein Leipziger Torschuss zustande kam, war BVB-Keper Roman Bürki zur Stelle. Kurz vor dem Abpfiff schickte Jadon Sanko Marco Reus auf die Reise, der zum Entstand traf 90. plus 1. Bürki, die Bank. Der Schweizer hat seit seiner Ankunft in Dortmund nie das absolute Vertrauen genossen. Zu oft patzte der 26-Jährige in der Vergangenheit. Zur laufenden Saison verpflichtete der BVB seinen Landsmann Marvin Hitz als Konkurrenten. Es scheint Bürki zu beflügeln. Mit gleich mehreren Glanzparaden sicherte er der Borussia den Auftakt zieg. Witzel war's wert. Der Zählringen des BVB um Belgiens Weltmeisterschaft-Fahrer Witzel war eines der Dauerthemen der aktuellen Transferphase. Nun gab er seine Heimpremiere in Schwarz-Gelb, sorgte in der BVB-Zentrale für Struktur, und traf sehenswert. Die Hartnäckigkeit könnte sich für Dortmund noch sehr auszahlen. 100. Bei seinem Freistoß war Sabitzer noch deutlich am Ball, und wurde als Eigentorschütze verbucht. Kurz vor dem Ende traf Reus doch noch selbst, und hatte etwas zu feiern. Dem Nationalspieler gelang sein 100. Tor in der Bundesliga. Tor für den BVB. Und zwar sein 100. Ausrufezeichen Bundesliga-Treffer. Klammer für Wodienhohnummernzeichen BVB rbl4-1bik.twitter.com-vfsh1xv1m2. Borussia Dortmund Klammer für BVB August 26, 2018 Der Fafre BVB In die vergangene Spielzeit war Borussia Dortmund unter Peter Bostz mit spektakulärem Offensivfußball gestartet. Unter Peter Stöger haben sie mit Sicherheitsfußball die Saisonbilanz gerettet. Lucien Fafre hat schon im ersten Spiel der Saison gezeigt, dass er ein ganzheitlicheres Verständnis vom Fußball hat, und sein Team das Potenzial, sowohl defensiv wie auch offensiv zu überzeugen. Es hat endlich wieder Spaß gemacht, ein Spiel des BVB anzuschauen. Fahr nichts. Nach den ersten Saisonspielen ist es schon fast ein merkwürdiges Gefühl, dass in diesem Spiel nicht einmal der Videobeweis zum Einsatz kam. Denise Ayteken leitete die Partie souverän, strittige Szenen blieben aus. Man wird fast nostalgisch. 302 Erstmals seit 302 Tagen ist der Klammerhafe BVB wieder Tablenführer in der Nummernzeichen Bundesliga. Spitze. Nummernzeichen BVB RBL Gopter Franz Klammerhafe Gopter Franz August 26, 2018 Spitzenreiter BVB Am Freitag hatte der FC Bayern vorgelegt, und mit dem 3 zu 1 Sieg gegen Hoffenheim bis zum Sonntag haben die Tabellenspitze behauptet. Erst im letzten Spiel des ersten Spieltags, wurden sie durch den BVB vom Thron gekippt. Bitte kurz festhalten. Der FC Bayern ist nicht Tabellenführer der Bundesliga. Ja, klar, es war der erste Spieltag. Aber man wird ja wohl träumen dürfen. Borussia Dortmund, Regionalbahn Leipzig 4 zu 1 3 zu 1 0 zu 1 Girl湾 21, 1 zu 1 2 zu 1 Sarwitzer 40, Eigentor 3 zu 1 Witzel 43, 4 zu 1 Reus 90 plus 1 Dortmund, Bürki, Pizzornsig Jalo, Akanji, Schmelzer 87 Guerairo, Witzel, Delani, Polisik 77 Sanko, Dauhut, Reus, Philipp 70 Wolf Leipzig Gulaxi, Klostermann, Konate, Hupamecano, Sarachi, Demme 85. Brumakua Kampel, Savica 46. Werner, Forsberg, Augustin 72. Kunhakua Polsen Schiedsrichter Deniz Aitekino Berasbach Gelbe Karten Yalo, Dahut-Hupamecano, Sarachi Zuschauer 80.000